Hallo, ich hatte bei einem Spiel Escape Zombie City einen Soundtrack dabei, jetzt habe ich mir gedacht, spiele ich den mal ab, den ersten habe ich schon mal angespielt, den zweiten werde ich spielen ohne irgendwas zu sagen, also genießt das Ding, das dauert ewig, ich weiß nicht wie viele Minuten, der dauert auf jeden Fall wirklich lange, viel Spaß. Ja, das geht. Das war's. 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 Das war's.